Ja gut, dann müssten wir's wohl so machen. Geil! The fuck? Ah, der Duke mag keine Puzzle. Noch ein Fass oder wieder mir das Gewicht endgültig überschwappt. Kein Wunder, dass man die Dinger nicht zerstören konnte, wenn man sie dahin tun soll. Na, geht das jetzt schon? Nein. Das heißt, es fehlt noch ein Fass. Aber woher? Oh. Fuck, seid ihr wieder runtergerollt? Na denn. Das sollte aber reichen. Ja, tiefer kann das Ding nicht mehr. Geht doch. Kein Problem, Mädels. Ich rette euch. Hm? Captain Laser? Nein, danke. Oh, ich weiß schon, wozu das führt. What the fuck? Das Ding ist alle. Wo krieg ich die Batterie her? Au. Keine Batterie? Nein. Nein. Gottverdammt, Leute. Wo versteckt ihr die fucking Batterie? Oh ja, Munition. Jetzt geht's wieder ab. Na gut, dann werde ich halt diese fucking Leiter hochgehen, wenn hier nichts mehr sein sollte. Nein, du bist keine Batterie. Und ab dafür. Okay. Das sieht doch gut aus. Warum war mir das klar? Fuck. Geil. Oww. 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 Nu geh du schon endlich down, du scheiß Ding Oh, come on Was das? Geht doch So, und jetzt schön die Abrissbirne anschmeißen Von wo? So, und da oben, da kann ich nichts machen Oder? Ja komm, jetzt aber Und Alle guten Dinge sind drei Aber ich hab's auch gern öfter Du wärst mit vier Fuck Jetzt hat die scheiß Abrissbirne zerlegt Was nun? Wie komm ich in den fucking Duke Dome? Ah, ich weiß schon Alles kein fucking Problem Fuck Fuck Jetzt sag nicht, dass ich mich selbst Gearscht Gearscht Fuck Fuck Alter Oh So So Okay, ist schon so weit links wie möglich Na denn Ab in den Duke Dome Okay Doch noch nicht so ganz ab in den Duke Dome Aber jetzt Sollte es kein Problem mehr sein In den Duke Dome zu kommen Oh ja Oh ja Fuck You can execute frozen enemies Nice Jetzt wurde nur noch eine Waffe, die Leute einfriert Interactive challenges like pinball give you the largest ego boosts Oh, hätte ich mal ein bisschen länger pinball gespielt Press space to continue Und das machen wir doch auch Gehen wir erstmal hier oben links Was zur Hölle ist Das Komischer Alien Schleim Am besten alles vernichten Hm, sind wir nicht geschrien Hallo Wow Wo zur Hölle bin ich hier Also So sah der Duke Dome noch nie aus Ja komm Ist auch noch kaputt Dann halt nicht Und was ist das Wie ein Punching Bag Sieht mir das nicht aus Aber okay Scheiß Aliens Die müssen auch immer den Scheiß Tag versauen Nicht schon wieder Fuck Weil die Munition umsonst verschwindet Weil die Munition umsonst verschwindet Hier unten ist nichts Super Dinger sehen aus wie Lampen Fuck Was geht hier eigentlich ab? Das ist schon wieder einer von denen Diesmal erwische ich dich auch Dann erwische ich dich auch Die Munition umsonst verschwindet Weil die Munition umsonst verschwindet Richtig Warum? Ja Haha Wer kennt das nicht? Wow Nice Jump Pads Genau wie in Half-Life 2 Keine Sorge Schlocken ist immer noch sicher Auswendung Aliens Duke Was ist passiert mit uns? Sieht, wie du bist F*** Duke Es war unsere erste Mal Mit einem Aliens Duke Wir werden die Wälder entfernen In etwa eine Woche Wir schweigen Duke Was habt ihr mit meinem Zwilling gemacht? Das Queen-Büß Was habt ihr Was habt ihr PAY! Oh, oh my god. Morning sickness. PAY! I WANT MY DADDY! Oh my... Eugh, gross. Right. Ja, das wird wohl hier nix. Muss ich wohl hier längs. Gut, die schlafen. Oh, fuck. Kommt schon. Dann mach ich das halt so. Hier geht's nicht weiter. Ich ja auch nicht. Fuck. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Hm. Wieso komm ich doch nicht rein? Da oben komm ich auf jeden Fall nicht längs. Aha. Ich krieg euch. Ihr scheiß fliegenden Gehirne. Hm. Muss ich das Ding nun hier mitnehmen? Oder in die andere Richtung?